so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die prime von pyromax sponsert bei leonard wieder also vielen lieben darm er 212 gramm haben wir auf das gute stück gekauft wurde die bei röder und die hat teaser loots deswegen bin ich mal ganz schön gespannt was die kann aber natürlich auch bouquet und ja gehen wir mal los jetzt die prime also die salutes hat man sogar gehört krass wenn ich weiß nicht was die kosten dann wäre es bestimmt ohne aber knapp und anzähler glauben auch schon dann kaufen los